ARD Text im Auftrag von Funk Aber wo sind die Burbs? Das ist Mama's Effekt Die kommt bei mir gar nicht Mit den Burbs Das bleibt einer von uns hier oben liegen, wäre auch lustig Jawoll, I did it So, jetzt können wir aber So, und Läuft die Maricke die ganze Zeit durch? Geil! Vielleicht ist sie ja nur im Intro Level Nein, Jay! Oh, du bist so schlecht Du bist da drin Nein, 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 nein Ja, aber ich hab einen mehr gebraucht als alle anderen Nein, nicht als alle Dalu dachte sich direkt, komm, ich mach mit Dalu hat's auch geschafft Dalu ist auch so schlecht wie ich Aber Schmerz ist nur in deinen Gedanken Oh nein Oh nein Tschüss Sepp Okay, zwei Los Boah, das ist ja eine krasse Map Nein! Erzählt uns eigentlich die Geschichte auch? Pain is in the mind Ja, ist ja, Pain is in the mind Das wird immer lauter Ja Ja Komm, ich muss die Musik gleich machen Das geht ja gar nicht klar Alter, ich weiß gar nicht mehr Jay? Jay, du suckst! Jay? Das stimmt Peter suckt No, wait Oh nein, 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 nein Wir filmen den Kick Echt mal Jawoll Good move Woah, das war knapp Oh fuck Oh man, okay Ich bin gespannt, ob man da jetzt gleich noch mehr sieht außer random Maps Ey, die sind nicht random, die sind vor der Zepche Ach, come on, ey Ich glaube schon, wenn es dann irgendwie Doppel-D-Diktator oder sowas gibt Oh Als Map Haben Peter Wittert heute noch was? Hm Ne Ich enjoy gerade Musik so hardcore Alter, ist das laut Option Alter, du kannst Escape drücken und dann leiser machen Das ist nicht so schwierig Musik Ja, hab ich doch Bin ja in der Option gewesen Kick him Bin nicht schminnig, Junge Kick him Zack, Junge Hier, kick in the ass Nein, nein, nein Das ist so ein Wicks-Game Ähm Das ist ein Wetz Was machst du denn da drin? Hast du verkackt? Guck mal, wie der Stuhl hier fliegt Das ist ja wie in der Inception, Junge Das ist ja ein Zufall Eierlein Ja, krass, ne Aber nicht so gut Ja Nein Boah, da ist auch eine Uhr im Hintergrund wie bei Inception Heftig Boah, Alter, eine Uhr, ey Nein Nein Ich bin nicht der Uhr Ich bin die Uhr gefallen Mein Brain ist halt gefuckt einfach Alter, es schneit Es schneit Außen Wer hat Bram aber auch nur seinen Koks ausgeschüttelt Der wird doch nicht Fuck off Da werden Pünktchen gesammelt Da mit Bram ein bisschen Ja Bram ist auch so ein Oh Geradeaus, bitte Ah, jetzt ist so nice Okay This was an Audition You failed Hmm So, jetzt Peter Tschüss Nein, 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 nein Da eben ein Ich gehst mal. Hm. Hm. Oh, nein, nein. Ein bisschen fester, dann fliegst du hinten in die Mauer. Ja, nice. Oh, Checkshot. Das war gut. Alter, was war das denn? Oh, welche Tür ist denn die richtige? Oh, jetzt müssen wir... Das ist in der Tat sick. Oh. Oh, da ist das Ziel. Nein, nein, nein. What? Äh, ein Ticken. Hi, Jay. Hi. So geflogen. Oh, Bram ist ein Ticken. Hi. Blödi. Hat der gesagt? Ja. Okay, da bin ich etwas zu weit auch geflogen. Und ich nicht weit genug. Damn it. Wow. Ja, Bram ist ganz schön genug, weißt du? Er ist halt mega lang und groß. Das war cool. Boah, was meint ihr, wie wir abkacken würden bei echtem Golf, ey? Beim Midget Golf waren wir nicht schlecht. Ja, beim Midget Golf war ich nicht dabei. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Waren wir doch richtig gut. What? Boah, wie geil sich die Häuser bewegt haben. Ah, der war mega gut. Das war echt gut. Oh, nee. Was war das denn jetzt? Kann ich mir leben, ne? Bei mir haben sie überhaupt gar keine Häuser bewegt. Was ist das denn für ein Scheiß? Weil die sind, die stehen ja jetzt auch richtig schon. Ja, weder, ey. Was ist der Asse? Nein, das ist so eine Kante. Gott. Warum? Doch, da waren wir nochmal knapp dran, ey. Ja, da war nicht knapp, war geplant. Na so, war Inception-Message. Ah, jetzt kommen hier die Autos. You're waiting for a train. Scheiße, wart ich jetzt? Ich hab Tram gelesen. Hä? Ja, you're waiting for Tram. Ist das jetzt hier Berlin? Nee, for Tram. Wie weißt du Tram? Oh. Muss man da drauf oder da? Das mit den Autos ist überhaupt ziemlich nice. Die gibt's normalerweise nicht, oder? Nee. Das wird wieder Fail. Oh! Oh! Oh, war das gut. Okay, das ist schon weiter. Das ist ein Schlag. Igel! Ja, aber das ist ein Schlag. Oh! Nee, Simon! Polizei! Jawoll. Voll geil, auch mit so einer Ampel. Nein, 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 nein! Oh, shit, nein! Alter, die Ampel brennt. Ja, und Brian nimmt auch noch den Speed der Rampe. War cool, oder? Aber Bram brummt. So sieht's in mir aus. Er brummt ganz schön, ja. Oh! Toll, Jay. Zu schwach. Genauso scheiße wie Dalu. Viel zu schwach, ey. Und ich. Oh, geil, Alter. Jetzt kann ich ja wieder Carnival Battle spielen, oder wie die Scheiße heißt. Battle Carnival, ja. Wie ist denn das eigentlich, Dalu? Uh! Nicht so schlecht, wie wir gedacht haben. In drei! Nein! Nicht so schlecht. Wie schlecht dachtest du denn wär das? Richtig schlecht. Und es hat Spaß gemacht. Echt? Wie heißt das? Battle Carnival. Ja, Sepp, das spielen wir, wenn du Snowboarden gehst, Sepp. Keine Angst. Nice. Haben wir schon. Ja, ist mega geil. Ist das nicht das Cliffy B Spiel? Talk to him. He is at the bar. The bar is open for business. Dalu, ist das nicht das Cliffy B Spiel, was schon in der Early Access Pay to Win werden sollte? Und dann haben sie sich da doch nochmal überlegt. Das Spiel Spiel? Das, was du gesagt hast. Battle Carnival. Jaja, aber was soll das für ein Spiel sein? Also von wem? Also ich kannte es vorher nicht. Ich hab's vorher echt gar nicht gekannt. Wieso bin ich runtergefallen? Was ist denn da für Bullshit? Alter, hier ist der der Fahrstuhl? Ey, ihr müsst auf jeden Fall in den Raum 42. Ich bin aus dem Fahrstuhl rausgefallen. Was ist das denn für Bullshit? Schnell hier raus. Wo ist denn der Raum 42? Walscher Raum! Hört ihr denn Bram nicht brumm? Doch. Doch, ich brumm den. Bei mir brummt der auch. Okay. Der hat noch leichten, ausgehenden Paketverlust. Nooo. Das ist halt der Brummen. Genau, der Aufnehmende, Daniel. Was interessiert das? Ja, genau, Daniel. Er hat noch die Schnauze, Dalu, ey. Genau, so sieht das aus. Du bringst die Folgen ja eh nicht pünktlich. Golf. Ohhh. Ohhh. Wie weit Trials letztens? Ja, wenn ihr TTT um 6 Uhr morgens bringt, wie soll ich denn da mithalten? Ja, was hat das mit Trials zu tun? Dann packt die Zunge aus dem Ventilator. Nein! Stimmt, so klingt das echt ein bisschen. Rrrrraa. 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 Hier haben wir aber alle echt viel Schläge gebraucht auf der Stelle. Ja, weil das echt scheiße ist hier. Ja, ich bist ja im Bettchen. Hm. Peter, mit 9 noch der Erste. Ja, aber insgesamt bin ich letzter und stolz drauf. Naja, Peter, ich bin gleich da. Dann hab ich nichts mehr, um stolz drauf zu sein. Verdammt, ich durfte nicht mehr. Ich bin immer nur letzter. Oh, nö. Ach, Kacke, da kann man runterfallen. Oh, was? Ja, das ist bitter. Dammit. Das ist ja ne Mist. Dammit. Das hat jetzt schon 100 Schläge gekostet. Mistgeburt, die Strecke. Okay. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal nicht gut. Nein! 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 Ich hab mich irgendwo nochmal gehört. Nein. Nein, nochmal. Nein! Nein! Boah, der Schwein wie ein Mädchen. Das gibt's doch nicht. Ja, aber ich hab sechs Schläge allein gebraucht, um da ins Start zu kommen. Ja komm, du Fotzenficker, ey! Mann! Fotzenficker ist keine Beleidigung, Jay. Doch. Das ist das nicht. Mein Ball ist schwul. Entweder zu viel Riff war. Bündest du das schwul eine Beleidigung nis? Nein. Von wem. Aber wenn ich zu nem schwulen Fotzenficker sage, vielleicht würde das dann als Beleidigung aufziehen. Weiß ich nicht. Würdest du es als Beleidigung aufziehen, wenn ich zu dir sage, Arschgefickter? Nö. Ich bin echt runtergefallen. Das ist doch echt ein Witz einfach nur. Peter. War ein bisschen Arschgefickter. Aber wenn du versuchst damit jemand zu beleidigen, erklärt das ja nur deine homophobe Tendenz? Der ist nicht homophob. Sondern mehr Tendenz. Ja. Genau, der ist Tendenz. Ich liebe alle Homos. Vor allem dich, Sepp. Dankeschön. Tendenz. Pfff. 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 Ich steck dir genauso viel weiter drin wie, dass du nicht homophob bist. Du bist der beste... Oh. Nein. What? ...fass Öffner, den ich kenne. Ich finde das gut. Ich werde das mal auf dem Thumbnail und dem Titel thematisieren. Ja. Ja. J, wie da gerade von hinten genommen wird. Deshalb sind J und ich auch immer so ein Herz und eine Seele. Ich bin doch nicht der Arschgefickte. Warum ist es doch der Arschgefickte? Ja, aber du benutzt das als Beleidigung. Wo muss ich da hin? Muss ich auf diese Rallienschüssel schießen? Nee. Also ist das ja doch homophob, wenn du sowas als Beleidigung machen möchtest. Ja, ich finde es halt nicht geil, wenn ich der Arschgefickte bin. Nee, das stimmt. Das ist ja nur meine persönliche Präferenz. Das gibt es nicht. Das stimmt. Das stimmt. Aber dann heißt es ja trotzdem nicht, dass jemand anders, der das macht, dass der direkt schlecht ist. Nee, das hast du ja auch gesagt. J hat ja nur gesagt, dass der nicht gerne der wäre. Buddy. Ja, genau. Du möchtest mir das als Beleidigung ausschreiben. Nee, also ich bin da ganz bei J. Das glaube ich dir, dass du bei J bist. Ich bin bei Dalu. Der hat ja immer gute Meinungen dazu. Ich halte mich da immer raus, ne? Dalu ist auch so ein Arschgefickter. Alle Arschgefickt. You know, you can also dream about a bigger gun. Wo geht denn die bigger gun hin? In deinen Arsch. Da oben hin. Oh, Dalu, das ist bitter. Du wurdest noch ein bisschen geboostet. Ja, ein bisschen auch noch. Aber warum ist das jetzt so gut? Ach doch. Boah, der zweite war gut. Oh, jetzt liege ich perfekt. Oh scheiße! Neu. Da hinten ist ein Ende. Das Ende. Oh, verfickte Scheiße. So, wie hieß das Spiel jetzt da? Luh, Carnival irgendwas, ne? Battle. Battle, Carnival. Battle, Carnival. Battle, Carnival. Abwerfer und Rackinnenwerfer und sowas. Schon nice. Oh, nice, Junge. Das macht das Spiel schon mal gut. Und Jay hat ihn jetzt auch endlich eingelocht. Boah, das war echt schlecht. Fast so gut wie ihr... Das war auch richtig schlecht. Dalu, was ist die Story hinter dem Spiel? Was hat denn jetzt? Welche Story ist ein Multiplayer-Spiel? Dalu ist abgeturnt von Story. Hä? Das Spiel verarscht einen. Story ist... Brauchen nur Spiele, die sonst nicht gut sind. Scheiß. Ach komm, Lull. Story von Fortnite ist krass. Fortnite ist ja tatsächlich ein Multiplayer-Spiel, was eine Geschichte erzählt. Ein bisschen zumindest. Ja, es geht immer weiter. Ja, wobei, wenn du die Trailer... Also, wenn du nur das Spiel nimmst, dann ist die Story sehr schwer. Aber selbst Overwatch hat sogar mehr Story als Fortnite. War ganz schön traurig, Peter. Das fand ich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Oh Mann, ey. Ja. Ja. What is this place? We build it. Together. Never. Ach komm, das reicht nicht. Das ist sowas. Oh Scheiße! Roger ist soweit. Hi. Wird auch wieder zu, das Ding. Ach, come on. Wird schon cool gemacht. Aber find ich schon lustig hier. Mega sick zugeballert mit allem. Find ich auch richtig lustig. Filmt die mega. Ich bin so scheiße gerade. Ja, gut. Wo geht's denn hier langweil? Muss man jetzt auf den Lift warten oder nicht? Oder krieg ich neun? Ach, das zählt nicht. Willst du mich verarschen? Ja. Müssen wir warten auf den Lift. Scheiße. Hm. Alter, was macht mein Ball hier gerade? Jay, du weißt, dass ich schon ebenfalls im Lift bin. Ist mir scheißegal. Hä? Wo müssen wir denn hin? Wo ist das Ziel, Mann? Ja, echt? Wo ist das Ziel eigentlich, Daniel? Ich hab keine Ahnung, ey. Dann könnte man aus dem Lift daraus auch nicht sehen, wo das Ziel jetzt ist. Ich kann's ja immer noch nicht sagen. Einfach zu krass versteckt. Das ist echt ein ganz schön sneaky versteckt. Oh, der neue Peter hat's auch direkt gesehen. Das find ich jetzt aber krass. Die hat reingeballert, Junge. Ich hab zehn Schläge gebraucht. Du hast nur sechs Schläge gebraucht, Fran? Alter, ist doch hier alles Schiebung. Ja, aber Jay war der, der gefangen hat. Wo ist denn das Ziel? Ja, weil ich das nicht gesehen hab, da wo ich lag. Geht noch, Sepp. Geht noch, geht noch klar. Ja, komm, komm, komm. What is the most resilient part side? Okay, das war jetzt... Die Antwort ist Sepp. Das kam unerwartet. Das war schlecht. Das kam unerwartet. Warte mal, Alter. Was? Holy shit. Krass. Krass. Nein, ich bin abgefolgt. Komm, komm. Krass. Alter, ich bin durchgefallen und wurde zurückgesetzt mit mich verarschen. What the fuck, Alter? Alter, was geht hier gerade ab, Junge? Jawohl, endlich. Hä? Geil. Das ist einfach nur crazy motherfuckerig. Wow, die geilen Moves, Junge. Oh, geil. Hast du das so gesehen zurückgesetzt? Das war schon mal geil. Ey, 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 das ist ne Beleidigung. Das ist ja unglaublich. Der Knecht deiner Ruhe. Oh, ho, 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 ho. Albatross, Junge. De, 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 de. Hier wird's aber langsam echt crazy. Genau. Albatross, Junge. De, de, de. Wie macht denn Albatross? De, de, de. Quark, 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 quark. Hat der wirklich so? Ja, bock, 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 macht der. Geil. Ich schlafe da auch in zwölf. Nein, braun. Ja, du doch auch. Nein, das war cool. Jetzt in elf. Ich bin ja auf den Fersen, Junge. Die letzte Map entscheidet alles. Ich sag's dir. Ich mach dich fällig. Boah, das ist ja wirklich krass. Ich schwör auf meine Mutter, Junge. Das ist doch nicht so ne, so ne ANG-Map, damit wir noch vor Dalu kommen. War ne AMG-Map? Dann gewinnt ich ja. ANG-Map. RNG? Loll, dat war easy. RNG. Ja, gewonnen. Easy. Oh. Ich brenne! Was ist das denn für ein Scheiß hier, ey? Ich versteh dich verwirrt. Ich grade auch nicht. Muss ich nicht verstehen. Ja, ist bei ihr auch. Reception. Oh! Ich hab's voll verkeilt. Ich glaub ich krieg ein Hole in One. Oh. Naja. Sehr geil. Sehr geil. Null. Wer folgt mich denn da? Das Ende ist schon cool. Boah, hier ist der Kreisel, Junge. Er dreht sich noch. Ja, aber er dreht sich, äh, unnatürlich. Look this way. Okay. Das war Inception. Hörn hat hier mitgemacht. Hörn hat hier mitgemacht. Voll nice. Und Hans Zimmer. Jetzt schnell schlagen. Krass. 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 Mich ganz besser, wie viele getestplayt haben, Junge. Ah, ist ja richtig krass. Oh, nein. Ich glaub ich hab gewonnen. Geil, exekutiver Produkter Nicht Das war am Anfang mal ein bisschen lämmer, aber nachher war die echt cool Moment, du bist der Schlechtester Zweiter Junge, ha Oh Pina Das ist doch alles scheiße, ich werde wahrscheinlich zwölf kriegen, weil ich zu langsam bin Ich komme nicht ins Ziel Du liegst doch schon im Ziel Nee, er fährt noch Das ist ja schön Boah, das war auch 5 Sekunden Lol, ich hab Kacke unlockt Ich hab Halo unlockt Wir bedanken uns für was fürs Zuschauen und ich hoffe, Inception habt euch ein bisschen Spaß gemacht Tschüss Ciao Tschüss Ciao 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 Ciao